Und herzlich willkommen, ich bin euer Mr.Wenom1974, wir sind wieder beim Videopack, beziehungsweise jetzt gerade mal ausnahmsweise beim Jopack. Das ist immer noch Billard, aber in der Jopack-Version. Ihr seht schon, Französ. Wir machen Rotation. Joui de. So. Jetzt bitte ich gern wissen, warum D und G. Dra und Gausch. Links, rechts, kann das sein? Wie gerade im Englischen auch? Vermutlich. So, die Regel ist doch ganz einfach. Wer die erste Farbe versenkt, der hat sich festgelegt. Klappt im Augenblick alles? Ich merke das schon. So, der könnte doch jetzt blau versenken. Oder türkis, oder bevor wieder deiner Farbendiskussion kommt. So, du hast dich jetzt festgelegt. So, dann müsstest du jetzt auf die anderen spielen. Geil. Also. Ohne Worte. Geil. So. Es spielt sich nicht gut. Aber ich glaube, das habe ich schon gesagt beim letzten Mal, glaube ich. So. Toll. Also, ihr habt wirklich kaum Kontrolle über den, den, den Ball. Übers Kühl. Geschweige denn, wie, wie stark ihr schlagt. Das scheint tatsächlich davon abzuhängen, in welchen Rhythmus man trifft. Boah. Boah. Ja. Ihr seht auch, Fehlstöße oder sowas interessiert hier keine Sau. Ja, das ist jetzt so grenzwertiges Game, denke ich. Ja. Ja. Großartig. Das in so einem 24-Stunden-Stream, das wäre, glaube ich, richtig spannend. So, komm. Mach's. Mach Ende. Yes. Wieso? Da hast du gewonnen. Hä? Äh. Der hat doch jetzt alle seine Kugeln versenkt. Hä? Na komm. Einmal da links. Oder auch nicht. Boah. Boah. Alter. Meine Güte, ey. Das klappt ja gar nicht. Boah. Ja, man muss ja jetzt tatsächlich auch den Tisch versenken. Macht doch ja keinen Sinn. Oh. Egalité. Einstand. Deuce. For the love. Achso. Ähm. Ja. Äh. Toll. Ja. Falls ihr die Version unbedingt kauft, macht das. Ist. Best game ever. Ja. Oder auch nicht. Kommen wir mal zum nächsten. Bis gleich. first. Oh.